Bleib unter Wasser. Bleib unter Wasser, nicht rausgehen, bitte. Aber es ist schon interessant zu sehen, wie er hier so schwimmt. Ich schwimme ihm einfach nur hinterher. Ja, ich glaube, das bedeutet so... Ja, du tauchst doch selber auf. Tu mal nicht so. Oh, Mann. Tja, also ich glaube, man muss insgesamt sechs Minuten in der echten Zeit aushalten und... Hallo, ich bin noch unter Wasser. Wenn du mir deswegen den Test versaust, gibt's Ärger. Hallo? Ah, du kommst wieder ins Wasser, schön. Du brichst deine eigenen Regeln. Muskeln an. Ja. Ich bin so fasziniert, dass du unter Wasser reden kannst, keine Bläschen aufsteigen und so. Ich finde das richtig interessant. Also ich glaube, er spricht uns an. Soll ich ihn nochmal ansprechen? Ja. Naja, gut. Lebt wohl. Ja, dann schwimmen wir einfach noch weiter mit ihm. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Tja, an diesem Felsen bleibt er immer irgendwie kleben. Dann schwimmt er bis ein bisschen da vorne und dann wieder zurück. Naja. Was soll man dazu sagen? Siehst du mich überhaupt? Nicht, dass du nachher sagst, das zählt nicht, weil du mich nicht gesehen hast. Dann gibt's Ärger, wenn du das dann sagst. Na. Das sieht so richtig, als würde er so ein Orchester leiten oder so. So dramatische Musik. So allen dabei einspielen. Ja, aber finde ich gut. Wenn du jetzt so lange hier bleibst, dann finde ich gut. Dann mache ich mir noch eine Zigarette an. Beweg dich, wenn's geht nicht. Das wäre sehr nett. Tja. Ich weiß nicht, wie lange wir das noch machen müssen. Es ist auf jeden Fall irgendwie sehr langweilig. Aber egal. Eigentlich wollte ich euch diese Quests gar nicht zeigen. Was heißt, ich wollte sie euch nicht zeigen. Ich wollte eigentlich schon beenden. Ich wollte nur noch diesen Quest machen, der verbuggt ist. Und dann noch so ein paar lustige Sachen zeigen. Ja. Und dann ist mir aufgefallen. Moment. Diese Quests gibt's ja auch noch. Und deswegen hab ich dann gedacht, machen wir die noch eben schnell. Wir haben ja schon die meisten hinter uns gelassen. Aber die kann man auch wirklich erst machen, wenn man bei jeder Fertigkeit mindestens Geselle ist. Dann muss man sich dann bei den fortgeschrittenen Lehrern, muss man dann nach Ausbildung fragen. Dann sagen die einem die Meister. Hier in dem Fall Zahn im Meer. Hallo. Seid gegrüßt, verehrter Gast. Ja, ähm, hi. Ja, komm, wir kuscheln ein bisschen unter Wasser. Ah, ich find die Hände auch grad so interessant. Ich find das grad... Du brauchst deine Füße nicht zu bewegen. Ich bewege meine Füße auch. Ich bewege meine Füße. WTF. Wie das aussieht. Bei ihm sieht das voll gechillt aus und bei mir sieht das voll scheiße aus. Das sieht aus so von den Füßen her, als würde man rückwärts Fahrrad fahren. Ähm, und die Hände sehen irgendwie nicht so geschmeidig aus wie bei ihm. Naja, egal. Auf jeden Fall sieht das sehr... Verehrtes Gegenüber. Verehrtes Gegenüber. Ja, ich verehre dich auch. Komm mal her, ich möchte dich küssen. Ist dieser Scheißtest jetzt mal bald zu Ende? Ja. Es ist zu spät, um heute noch euren Test zu beginnen. Kehrt morgen vor der ersten Stunde des Nachmittags zurück. Dann werden wir es besprechen. Ja, wie jetzt? Zählt das jetzt gar nicht? Auch hier. Wie jetzt? Was ist das denn für ein Scheiß? Hä? Muss ich das verstehen? So, jetzt bin ich aber mal gespannt. Wo bist du? Ach, du stehst immer noch hier unten. Seid gegrüßt, verehrter Gast. Warst du, keine Luft mehr holen oder so? Ja. Nun, so weit, so gut. Wenn ihr erlernen möchtet, was ich über die Kunst der Veränderung weiß, dann müsst ihr volle drei Stunden hier bei mir bleiben. Wie ihr das bewerkstelligt, ist eure Sache. Geht nur nicht fort, denn sonst habt ihr in meinen Augen diesen Test nicht bestanden. Seid ihr nun bereit? Ja, ich bin bereit. Sehr gut. Wir werden uns in drei Stunden unterhalten. Viel Glück. Ja, was denn nun? Fünf Stunden? Drei Stunden? Eben waren es noch fünf Stunden. Aber okay. Machen wir das ganze Spiel halt nochmal von vorne. Ja, ich bin bereit. Ja, ich bin bereit. Ihr habt euren Test bestanden. Gute Arbeit. Es wäre mir jetzt ein großes Vergnügen, euch in der Kunst der Veränderung zu unterrichten. Und mir wäre es ein großes Vergnügen, Luft zu holen. Auf Wiedersehen. Luft. Oh Mann. Ich dachte schon, der Typ wird gar nicht mehr fertig. Alchemie, den Typ kennen wir doch. Das ist der Typ mit dem Nirnwurz. Das ist nicht schwer. Nach dieser Aufgabe mit der Unterwasseratmung bin ich ja richtig froh, dass das hier mal einfacher ist. Oh, schöne Dame? Versuchst du dich bei mir einzuschleimen, oder was? Mal gucken, was er will. Schön, dass ihr mal wieder vorbeischaut. Ja, ich freue mich auch immer, wenn ich hier bin. Seid ihr gekommen, um mir noch mehr Nirnwurz zu verkaufen? Nö, ich möchte diesmal eine Ausbildung. Ausbildung? Ich fürchte, das ist nicht gerade meine Stärke. Ich bin derzeit mehr an Wein interessiert. Wein ist einfach eine wunderbare Sache. Ausgewogenheit ist das Geheimnis. Der Geschmack. Das Bouquet, die Beschaffenheit. Einfach wunderbar. Entschuldigt, was? Ausbildung? Oh ja, ich mache euch einen Vorschlag. Ihr besorgt mir jeweils eine Flasche der besten Weines Gingrats und ich überlege es mir dann. Beide Weingüter. Tamikas und das der Gebrüder Surilie. Jahrgang 399. Ach, was war das nur für ein Jahrgang. Habe ich auch beide dabei. Seht euch das an, wie wundervoll. Einfach wundervoll. Ich traue mich kaum, die Flaschen zu öffnen. Oh, habt vielen Dank dafür. Also, wolltet ihr vielleicht etwas weiter ausgebildet werden? Ich glaube, da könnte ich euch helfen. Ja, vielen Dank. Ich gehe dann wieder. Der einzige Rad, den ich euch geben kann, lautet... Ah, jetzt fängt er wieder mit seinem Nirnwurz-Rad an. Ich will keinen Nirnwurz mehr suchen. Und ich will auch nichts von dir kaufen. Immer noch nicht. So. Jetzt haben wir noch das Akrobatik-Training. Das ist da. Hi. Hallo. Willkommen in Erin's Lager. Ihr seid den ganzen Weg gekommen, nur damit Erin euch schulen kann? Es muss euch ja richtig enttäuschen, dass sie nicht hier ist. Nun, da ich sie nie gesehen habe, habt ihr wohl wirklich richtig Pech. Aber wenn ihr wollt, könnte ich euch etwas beibringen. Ich bin selbst recht geschickt. Und Geld kann ich immer gebrauchen. Tja, das war's. Seht euch vor.